Die Liebesgeschichte von Denise Munding und Nils Dworczak gehört eigentlich zu den schönsten der Bauer-Sucht-Frau-Geschichte. Doch nun lüftete die Landwirtin ein krasses Geheimnis. Bauer-Sucht-Frau Denise Munding lüftet krasses Geheimnis um Nils Dworczak. Es war Liebe auf Umwegen. 2020 bewahrt sich Nils Dworczak, 27, bei Bauer-Sucht-Frau, um Denise Munding, 32, kennenzulernen. Doch der Funke sprang nicht über, die Pferdewirtin aus Ostwestfalen schickte Nils als Ersten nach Hause, und entschied sich am Ende für den Zeitsoldaten Sascha. Doch die Beziehung war nicht von Dauer, das Paar trennte sich nach wenigen Wochen aufgrund massiver Eifersucht schon wieder. Doch ein Happy End gab es dennoch, denn Denise und Nils fanden nach den Dreharbeiten überraschend doch noch zusammen. Kurzerhand machte die Landwirtin Nägel mit Köpfen, gab ihren Hof in der Nähe von Höxter auf, und zog auf dem Hof ihres Partners in der Nähe von Bielefeld ein. Im letzten Jahr krönte dann die Geburt ihrer Tochter Jersey das Liebesglück des Bauer-Sucht-Frau-Pares, doch offenbar hätte damals auch alles ganz anders laufen können. Denise Munding über Nils Aus Freundschaft wurde Hass Bei Instagram teilte Denise Munding nämlich jetzt ein Selfie, das sie zusammen mit Nils Dworczak und einem ihrer Ponys zeigt. Hinzu fügte sie eine vielsagende Liebeserklärung, mit der sie ein krasses Geheimnis lüftet. Aus zum ersten Mal sehen wurde Freundschaft, aus Freundschaft wurde Hass, und aus Hass wurde Liebe, Vertrauen, Stärke, Zusammenhalt, Respekt und Loyalität. Dass sogar von Hass die Rede ist, scheint auch die Follower der 32-Jährigen zu verwundern. Hass hört sich aber brutal an. Das habe ich nie so empfunden, aber gut. Hauptsache, jetzt ist alles gut, ihr seid ein tolles Paar zusammen, lautet ein Kommentar. Und die Bauer-Sucht-Frau-Kandidatin antwortete, die Außenwelt kann und braucht auch nicht alles wissen. Ich finde, ein Hauch von Privatsphäre sollte jeder Mensch dieser Erde haben. Das steht jedem zu. Damit hat die zweifache Mama völlig recht. Dennoch betont ein User, der wegen ihrer vielsagenden Enthüllung ebenfalls verwirrt zu sein scheint, Trotzdem muss man damit rechnen, dass ein Hinterfragen auf deine Anmerkung zu deinem Zitat kommt. Ein weiterer User ist über die Wortwahl der Landwirtin ebenfalls verwundert. Hass hört sich aber heftig an. Was damals genau zwischen Denise und Nils vorgefallen ist? Unklar. Fakt ist aber, dass die beiden über Umwege doch noch zueinander gefunden haben, und das ist wohl die Hauptsache. Das ist wohl auch nicht, dass wir als Andere, dass die Von Diet luc CO2 haben, was nicht mehr으로ielen wirkt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.